Meine Damen und Herren, für viele vielleicht noch unbekannt, für uns aber seit Jahren ein wichtiges Gesicht in der Digitalisierung Szene. Er ist Mediengestalter für Digital- und Printmedien. An der Universität Siegen berät er Lehrende zu innovativen Lehr- und Lernsettings an der Schnittstelle von Medien, Didaktik und Design. Seit 2014 beschäftigt er sich mit Open Educational Resources als Möglichkeit der hochschuldidaktischen Kompetenzentwicklung. Das macht er mit innovativen Ideen. So hat er die OER-Postkarten entwickelt und dabei das Brettspiel Mensch, OER-gere dich nicht erfunden. Oder im Rahmen von Eine Uni, ein Buch hat er zusammen mit Lehrenden an der Universität Siegen offene Bildungsmaterialien zum deutschen Grundgesetz entwickelt und umgesetzt. Herr Schnücker wird in seinem Vortrag die Verortung von offenen Bildungsressourcen in der Digitalisierung und der Hochschuldidaktik aufzeigen und darin Themen rund um die digitale Lehre, Open Educational Resources und hochschuldidaktische Designs vorstellen und diskutieren. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Alexander Schnücker, Mitarbeiter für digitale Lehre und didaktische Designs in der Hochschuldidaktik an der Universität Siegen und freuen Sie sich auf seine Keynote mit dem Titel The OER Code.